Ey, yo Leute, herzlich willkommen ihr YouTubeser, wir sind hier gerade im Stream und ich hab gerade Bock auf ein Supereisen bekommen. Chat, ihr schreibt alle einmal rein, hi YouTube, ja, dann könnt ihr eurer Mutter sagen, ihr wart im Fernsehen. Ich hatte spontan, montan Bock auf eine Runde Supereisen, denn ich habe eben auch nochmal eine Stunde frei hier. Oder was heißt frei? Aber so ein bisschen Free-for-All-Gestaltung, wir sind ja auch gerade mit Coachings unterwegs. Und weiß ich nicht, hatte ich Bock drauf und wir sind hier jetzt auch schon mittendrin. Einige besondere Sachen, die wir hier schon sehen, Leute, ist, ich glaube, der Arxigoss 1, der Garen. Ich glaube, der ist schon eine Legende beim Supereisen. Ich weiß nicht warum, ich hab den Namen noch im Kopf. Aber einige besondere Sachen, die wir hier sehen, Leute, ist, wir haben ein Support-Pike da mit Barrier. Er scheint wohl sehr gut, sich selbst zu supporten, macht er sehr nice, der Junge. Oh, Leute, Vel'Koz, zack, mit der Q gehört sich hier schon mal ein Stack von Manaflow-Band, Leute. Der würde hier nicht so schnell umgehen. Und wir haben Sivir mit Lane, mit Ignite PTA. Ja, im Normalfall sehen wir ja auf Sivir eher Dark Harvest im Moment, was ich sehr, sehr komisch finde, Tobias. Aber ich weiß nicht, wie die, ich weiß nicht mal, wer sich das gedacht hat. Geil, lass das mal machen. Aber, Leute, ich bin hier gespannt. Wenn wir mal rein auf die Champions achten. Ich denke, dass er, also das Blau-Team gewinnt allein schon, glaube ich, weil die Wladimir haben. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es hier in Iron aussieht. Beide Supporter hier, kleiner Schlagabtausch. Items sehen mir auch recht normal aus. Sehr schön, Leute. Oh, Leute, in der Mitte wird hier auch schon mal direkt gefeiert. Sivir mit den Ortex und der Q-Leute, Leute, das Kiting. Sehr schön. Ihr seht einfach, wie beide nicht gekitet haben. Und wenn beide nicht kiten, kiten beide auch nochmal im selben Moment. Das ist ja guter Schlag... Oh, nein, Rapper-Freset. Oh mein Gott! Holy Shit! Faster Rapper-Freset, aber für den Wladimir ist das Ganze hier nicht ganz so wild, Leute. Der hielt sich hier hoch mit seinen Qs. Das stört den nicht. Zack, Leute, eine Q nochmal. Oh, sogar auf die Siebel drauf. Die trainen sich hier auch direkt mal wieder ein klein wenig an. Aber sieht ja sehr nice aus für Wladimir, Leute. Oh, Leute, Leute, Siebel geht hier direkt drauf. Flash! Ignite! Mit den Ortex! Der Counter-Flash von Wladimir hier, Leute. Wir schauen uns das nochmal an. Flash wird hier noch nicht gezogen. Q ist da, Leute, Leute. Der Damage ist hier ziemlich sexy. Und jetzt ist es da, Leute. Sehr saftig. Sehr schön, Level 2. Ich glaube, es ist mitten und reingekommen. Q mit dem Flash, Leute. Mit dem Ignite! Mit dem Ortex! Der Wladimir, der Flash hier einfach in die Minis rennt. Leute, Leute. Ihr kennt das doch genau. Wenn die Siebel kommt, Level 1 und euch einfach one-shortet, Leute. Cleaner play, bitte. Cleaner play. Der Wladimir kommt hier mit seinem Tipi. Leute, er ist ja benutzt nicht Tipi. Hätte der Wladimir auch irgendwas gehabt? Problemlos. Einfach hier das Game gewonnen. Oben auf der Top-Dame ein bisschen Spin to Win. Macht er dem überhaupt vernünftig damit, Leute? Der Artex tankt hier ziemlich, ziemlich viel. Der kriegt ja gefühlt null Damage ab. Auf der Bot-Line wird hier schon mal etwas gepokt bei der Jungler. Da fahren wir ihren Jungler ab. Chillen hier ein klein wenig. Ich bin aber echt überrascht, Leute. Ich bin überrascht davon, wie gut diese Midlaner einfach sind, ne? Man sagt, yo, NA bekannt für ihre Bürger. EU bekannt für ihre guten Spieler. Aber Iron bekannt für ihre guten Midlaner. Auf der Bot-Line? Pyke, connected nicht. Man muss ja erstmal gar keine Angst mehr haben, Leute. Zack, da wird was Pogetosh. Er hält aber riesigen Sicherheitsabstand. Corona-Abschlussregeln hat er erfunden. Die E-Leute, die connected. Pyke flaschen direkt aus. Barrier wird gezogen. Er bekommt zwar null Damage ab, aber kein Problem. Ein letzter Autotag noch. Und das könnte der Kill sein. Xayah benutzt nicht ihren Flash. Heal von der Vayne wird hier gezogen. Und die Leute, die neutralisiert hier erstmal den ganzen Druck. Hier ein klein wenig der Vayne mit ihrem Heal. Sehr schön gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Ein klein wenig Pog haben wir hier noch. Beide Jungler noch recht passiv, muss ich hier wirklich sagen. Sie wird chillt hier noch in der Midlane, Leute. Sie hat hier relativ viel Gold. Leute, Vladimir mit dem Pool, der möchte einfach nicht nochmal Damage bekommen. Sehr schöner Pool, Leute. Sehr schöner Pool. Hat er hier wirklich sehr nice gemacht. Ich denke, wir werden hier auch erst gleich ein bisschen Jungle-Action sehen. Sonst, weil Botlane wird hier hart gepokt. Der Velcroz macht das sehr gut, Leute. Der holt so viel Druck rein, ne. Aber wo wir hier auch über Druck reden, der Garret bekommt ja wohl selbst ein bisschen was ab. Zieht ja seine W schon mal. Sehr schöne dritte Kuh hier. Pool von Vladimir ist nicht ready. CVQ connected nicht, Leute. Sie wollte wohl die Minutes farm. Hecarim mit seinem Papier-Damage-Pool ist wieder da. E ist zur Stelle. Damit kommt TheDragon50, Leute. TheDragon50 kommt hier einfach raus. Was ist das für ein Name, Leute? TheDragon50. Warum 50? Vielleicht hat er 49 andere Geschwister, oder was? Okay, klein wenig Spin. Oh, Leute. Der hier mit dem Dauer-Dive-Damage ist sehr sexy. Flash hier raus. Artok seine W. Die Connecten, Leute. Ein Auto-Attack noch. Oh, scheiße, Leute. Ein Auto-Attack mit der dritten Q. Hätte ich ihm hier die Killer geholt. Garrens hat irgendein E ist ready. Der farmt sich hier ein klein wenig noch mal eine hoch, Leute. Irgendwas stimmt hier mit dem Atrox nicht, Leute. Irgendetwas stimmt hier gerade nicht mit dem Atrox. Die Q connected. Pyke kann hier sowieso nicht reinschauen. Man hat nicht mehr viel Leben. Oh, sehr schöne Kombo von Exire. Auto-Attack mit der Q. Mit der E. Die W war auch noch mal drauf. Zack, ein klein wenig Blutspenden hier an den Vladimir, damit er hier noch mal etwas mehr healthy ist. Der Atrox macht hier Pokey-Poke. Hält den Garren low. Ist hier auch erstmal auf quasi Lebens-Support hier aufgrund seiner passiven. Und, Leute, der Damage kommt hier drauf. Irgendwann wird gezogen. Und Tower-Shot ist der Atrox kommt hier raus, Leute. Der überlebt das Ganze hier. Und der Vel'Koz hat es geschafft. Oh, oh, Leute. Oh, oh, warte mal. Was geht hier ab? Hat Garren Bock. Die Ward ist da. Er chargt hier rein. Er spinnt, Leute. Movement-Speed. Würde er reinkommen. Q1 connected nicht. Und der kill. Stop Garren. Leute, dieser Garren. Er ist so bad. Er killt ihn einfach trotzdem. Krass. Das war... Ich dachte wirklich, dass der Atrox gut ist. Aber der Garren ist einfach besser. Holy shit. Mechanically insane im Place, die wir hier haben. Okay, Leute. Sieh, wir auf ihrem Talon-Bild. Die Q-Connect. Damage ist sehr saftig. Ignite ist schon mal drauf. Der Vladimir, Leute. Er brennt. Er nutzt hier sein Leben immer für einen kleinen Weg. Ey, der will hier einfach weg. Ich snacken. Der Makrotz. 1, 2, 4, 5. Der kann nicht mal bis 5 zählen. Gewinnt hier aber trotzdem. Gegen The Dragon 50 Master Yi. Gönnt sich hier den Drachen. Ja, moin. Herr Grimm würde losgehen. Oder ihn abchecken. Vielleicht will er auch Richtung Mitteln gehen, um seine Sieve zu coveren. Oder hätte da scheinbar gar keinen Grund für. Und der erste Drache wird hier problemlos geholt für den Yi, Leute. Der freut sich darüber natürlich. Verkos kommt nochmal hin für die Unterstützung. Und zack, Leute. Die erste Platte in der Mitte ist weg. Drache wurde abgeholt. Sieve ist damaged. Ziemlich saftig hier. Okay, da gönnt sich schon mal eine kleine Platte, Leute. Oh, lol. Der Garren, Leute. Was für ein Beta. Was für ein Beta. Holt sich hier direkt Ninja-Tabis. Oh, mein Gott. Spell-Shield wurde hier in der Mitte-Land verkackt. Kleines Opening für den Wladimir, damit er fighten kann. Würde dafür gehen? Nope. Sieht man wohl hier gerade ein bisschen check-off. Sieve ist Mana. Ist ziemlich bad, Leute. Nutze ihre Wehne nochmal für ein klein wenig Damage. Sie ist komplett um. Sie müsste es schaffen, ein Spell von Wladimir abzufangen. Wird sie vorsteppen? Jop. Sie stept vor. Der Wladimir mit seiner Q. Oh, der kreiert das aber, ne? Der Pike hier in einem 1 gegen 2. Wird der Snare sitzen? Nope. Hier sitzt wohl scheinbar gerade gar nichts. Kommt hier problemlos raus. Die Wehne farben sich auch gleich weg. Aber Wladimir mit dem Flash, Leute. Ist hier die Combo. Oh, mein Gott. Das hat er actually hinbekommen. In einer nicht so leckeren Geschwindigkeit. Xayah mit der E. Der Snare ist da, Leute. Hagrim kommt hier für den Gang. Möchte seinen Leuten helfen. Kickt hier das Kettimini in den Tower, damit sie seine eigene Mets nicht bekommen. Wehne greift ein bisschen den Vel'Koz an. Ein bisschen die Xayah. Aber die Xayah ist gefallen. Und wir haben hier nochmal ein 1 gegen 1. Es ist wohl ein türkisches 1 gegen 2, wie es aussieht. Nicht sehr fair. Vel'Koz zieht er seine Ingenheit. Bekommt ein bisschen Druck drauf. Das hier wird nochmal gegen gezogen. Und die sind auch hier raus, Leute. Rosen sind rot. Ich muss was kompensieren. Wenig Eisen für dich deinstallieren. Okay, Digga. Warum so? Toxic. Schöner Gang vom Hackerim. Schöner Gang vom Hackerim, Leute. Das müssen wir ihm lassen. Das müssen wir ihm hier tatsächlich ein bisschen lassen. Okay. Wir erhöhen die Geschwindigkeit wieder. Wilde Plays haben wir hier zu viele. Die Midlane wird gepokt, wird geburstet, wird geflasht, wird ignited. Wir haben hier alles da, was wir hier von einer wirklich competitive Iron Midlane sehen wollen, Leute. Wir haben hier alles. Gute Spell Usage. Stick out Plays. Schöner Snake hier unten von der Xayah, Leute. Wehne kommt. Möchte vielleicht ein bisschen Damage zurück machen. Nope, sieht man wohl doch nicht danach aus. Xayah. 1 gegen 2, wie es hier aussieht. Pyke Q ist da. Wird gechargt. Das Minion wird hier nach hinten gezogen und aus dem Weg geräumt. Die Pyke E-Connected. Wehne nochmal hier mit ihrem E. Hintet nicht die Wand. Die Barrier nur, um sicherzustellen, dass er nicht noch mehr Leben verliert. Was macht Velcro's in der Mitte überhaupt? Was macht Velcro's in der Mitte überhaupt? Was hab ich verpasst? Hä? Hat der Garen gerade geultet auf Full Life? Moment mal, Leute. Aber was geht hier wohl eher in der Mitte? Der Wladimir, Leute. Seine Kuh geht in Spellschild rein. Ignite ist drauf. Der brennt hier ein bisschen runter. Die nächsten CV-Q könnte sein Kill sein. Press Attack wurde geprockt. Zack. Bei einer Instance in der Q-Connect. Die Sieber ist zu clean, Leute. Like, she ist too fucking clean. Was willst du tun? Like, die kommt einfach zu Spellschild. Voll unfair. Leute, imagine, du spielst gegen Yasuo. Kein Problem, ne? Und dann kommt die Midlane-Sieber. Da kommt einfach die Midlane-Sieber. Sehr schön. Dann fließt sie oben auf der Toplane. Beide Jungner um den Rift-Hirret. Eins gegen eins. Hecarim, schau zu. Master Yi nutzt dir seine Weh, Leute. Der möchte hier scheinbar keinen Damage bekommen. Autotank Reset ist drauf geschissen. Da ist das T-P von Vladimir, um seine Maid zu helfen. Atox ist auf dem Weg. Garret chillt noch oben, Leute. Der Fight ist da. Nimbus Klo für die Movement Speed. Atox alleine in dem Eins gegen Zwei, wie es aussieht. Oder nein? Es ist ein Eins gegen Eins. Der Hecarim geht rein und greift das Auge an, Leute. Schiebt hier den Yi einfach komplett ab. Kill wurde gut. Rift-Hirret wurde gut. Pyke, sehr schöne Ulti auf die Fire, die Full-Life war. Hat er sich wohl im Mathe-Grundkurs ein bisschen gehört, wie es aussieht. Zwei gegen zwei, Jungner auf der Toplane. Garret ist da. Seine Ulti ist ready. Ignat hat er auch ebenfalls zur Verfügung. Würde draufgehen. Ignat ist da, die Ulti. Mit der Kuh, die nochmal davor reinkam. Beide hier auf der Bot-End werden sehr hart gepumpt. Oder er hat nicht mehr viel Leben. Der Pyke, der ist tot, Leute. Beide Instanzen der Weg connecten hier einfach. Velcrozul, die ist nicht da. Die Vayne wird wegkommen. Aber was geht hier ab? Was geht hier gerade ab? Like, what? Das sieht so aus, Leute. Als würde ich mir Ding jetzt anschauen. Jonathan Franks, Mann. Wie erstmal X-Faktor. Diese Geschichte ist wirklich passiert. 1999 auf dem NA-Server. Ob ihr es glaubt oder nicht, es ist passiert. Okay. Okay. Die Action ist da. Die Spieler sind wild. Sie haben Lust, Leute. Wir schauen uns nochmal eben ein klein wenig Itemization an. Weil wir hier nochmal etwas Zeit dafür haben. Arthrox möchte sein. Golddrinker haben. Können wir mal machen, Leute. Können wir mal machen. Oh, Leute. Was man hier aber auch machen kann, ist, dass sie hier den Velcroz-Van-Gage nicht mehr selbst will leben hat. Die W connected hier auf ihn. Der Drillen-Shot ist da. Die E von der Vayne. Nur um sicherzustellen, dass die Xayah wirklich nicht gestunnt wird. Denn das kann ja wehtun, ne? Oh, lol. Aber der Pike, der verreckt hier auch. What? Ja, klar kann ich mir NA Iron angucken. Wollen wir mal ein NA Iron Special machen? Oh, Leute. Master Yi gegen Hackrim. Da unten der Fight um den Drachen ist da, Leute. Oh, warte mal. Läuft der auch gerade ziemlich, ziemlich schnell wieder weg. Die Sieve ist da. Pop, die rollt. Die Moves, die für den Hackrim. Da ist doch mal die W da von mir, um sich ein bisschen am Leben zu halten. Reicht aber nicht aus. Der bleibt hier einfach. Meine Nippel. Der bleibt hier einfach komplett am Leben. Garen mit dem Spin, Leute. Mit dem Win. Genug Damage war nicht mehr da, um den Atrox abzuholen. Reicht aber trotzdem hier aus. Der Tag... Ne, warte. Oh, ne. Der Hacker-Bot hat der E-Chem-Tag. Sehr nice. Sehr nice, Leute. Muss man ihm ja gönnen. Item Sees sieht ja echt normal aus, ne? Sieve hat ja zwar ein bisschen sehr low-farm. Fünf Kills sind aber da, Leute. Die... Leute, ich dachte gerade, die Wände ist über die Wand geflasht. Oh, Leute. Wie alle beim Drachen helfen. Ich wünsche die Wände meiner Elo auch so. Warum kann ich nicht Iron sein, Leute? Chat, warum kann ich nicht Iron sein? Immerhin schon nicht für Iron. Geiles Leben, Mann. Mein Team hilft mir wenigstens beim Drachen. Also, sie helfen mir nicht, das Game zu gewinnen, aber immerhin habe ich dann den Drachen, oder? Immerhin habe ich dann den Drachen. Okay, Leute. Der Garen. Sehr schöne Kombination, ne? Spinnt, Wind, Poppti, Ulti, Leute. Nichts Besonders mehr. Von Arxigos erwarte ich nichts anderes mehr. Hat die Q angemacht für die Boom and Speed. Hat die E angemacht. Naja, weil er sich wohl gerne dreht oder sowas. Ich weiß es nicht. Schöner Flash von Wladimir, um den Gang abzuwehren. Können wir mal machen. Kann man einfach mal machen. Kann der Iron ein... Leute, ich will ja nicht in Iron spielen. Also, das würde ich sehr unfair finden. In Iron zu spielen, ist ein mega Arschloch-Move. So, ihr geht doch auch nicht in den Kindergarten rein und sagt, haha, du kannst 1 plus 1 nicht rechnen. Like, what? Du hast doch nicht behinderte Menschen aus, weil sie behindert sind. So, und du gehst doch auch nicht auf Low Elo runter, um gegen Schlechtere zu spielen. Was ist das? Leute, sehe ich so bad aus, als würde ich mich über Schlechtere Leute lustig machen. Also, ich flame mich. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Wann bin ich über die Lust? Ich kommentiere gerade einfach nur. Ich kommentiere dieses Spiel. Okay, Leute. Ihr holt mich gerade aus der Stimmung raus. Mein Feng Shui geht gerade komplett kaputt. Okay, was haben wir verpasst? Pyke, 3 Longshots. Garen da oben, Leute. Der läuft die mega runter. Hagrim ist da. Der Damage auf dem Velcro, der ist zu wild. Wird er noch wegkommen. Zack, der Kill ist drauf. Wird er aber noch genug tanken können, um nicht in die Xiles zu überlegen. Die Pyke-Multi bist zu früh gezogen, Leute. Der Kill ist schon, warte ich da. Sticht sie einfach. Wie ein Türke, Leute. Könnte mein Onkel direkt sein. Und zack, Leute. 2 Kills nochmal hier geholt fürs Blaue Team. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ey, Leute. Ich kommentiere doch nur. Garen. Ah, Leute. Der legt guten Wert auf seinen Farm. Da denkt sich, yo, ich hab so wenig Leben, aber Farm ist hier immer noch sehr, sehr wichtig. Guter Mann, Leute. Guter Mann. Der Arthros erzeugt ja auch sehr gute Pressure. Oben auf der Top-MW wurde gezogen, Leute. Der Damage von dem Minis ist zu wild. Dreht sich hier nochmal ein klein wenig rum. Arthros zieht seine Ulti. Der Master Yi ist da, Leute. Der scheint mir dort auch gerade ein bisschen durchzuschnetzeln. Und Arthros... Drückt er nochmal auf E drauf? Zack, Leute. Was ein Outplay. Da ist die E. Der Master Yi mit seiner Ulti, nur damit er nochmal schnell wegkommen kann. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, Leute. Die E und er war raus. Oh, oh, Leute. Der Gerener hat Bock. Kuh mit Ulti. Leute, er zieht einfach nur so die Ulti. Warte mal. Könnte der Arthros hier noch die Play machen? Hint sich ein klein wenig hoch. Der letzte Ortec für die Heilung aus der Passiv, Leute. Gerener hat hier einfach nicht genug Damage. Hat er gut funktioniert. Ich hab den Play gefühlt, genauso wie er auch. Aber am Ende spürt er den Tod. Hat er gut gemacht. Ey, sind wir mal ehrlich? Die Idee des Divers war eine gute. Hätte er Kuh-Ulti gemacht, hätte er den Kill abgeholt, ne? So, so, jetzt fucking legit, Leute. Spellshield. E-Star, Leute. Der Wladimir wartet hier sehr gut und er macht ein Ortec-Duell. Die Vayne-E-Star, Leute. Die E gegen den Tower. Zack. Irgendwie hatte ich gerade im Kopf, dass sie die E verkackt und dass der Wladimir dann die Siebe umbringt. Aber darum geht's gerade nicht. Aber darum geht's ja einfach gerade gar nicht, Leute. Aber ich brauch mal was zu trinken. Das ist voll anstrengend. Das ist voll anstrengend. Like fucking really. Jetzt geht's mir gut. Chat, wie geht's euch? Erzählt doch mal. Wie fühlt ihr euch, nachdem ihr solche Arten von Sexy Places, die ersten Mythic Items, sind fertig. Das blaue Team hat schon drei fertig. Das rote Team hat schon ebenfalls drei fertig. Ich denke mal, die Power Spikes sind aber auch fürs rote Team ein klein wenig besser, wenn ich ehrlich sein soll. Aber das Ganze werden wir dann auch gleich sehen. Gerade Isi ein Game gewonnen hat. Das höre ich doch immer gerne. Aber wisst ihr, was ich auch gerne höre? Wie die Siebe hier ihre Ultia macht. Eins gegen eins, die Siebe hier gegen den Wladimir. Beide bleiben stehen. Die Siebe holt hier nochmal ihre Minus mit ran. Und da ist einfach der unfaire Vorteil. Stopwatch wurde gezogen. Die Crew, Leute, ist hier ready? Und nein! Ist nicht... Ey, es ist unfair. Minion Diff. Minion Diff, Leute. Einfach Minion Diff. Oh, Leute. Der Fight um den Herald. Ey, Fight um den Herald. Oh, Leute. Warte mal. In der Mitte wurde der hier jetzt gerade gefeitet. Zwei holst die Killer. Ey, was machen die? Gucken die zu. What? What? Einfach Herald abgeben. Ich bin enttäuscht. Chat, ich bin enttäuscht. Was soll der Scheiß? Oh, nein. Klau doch nicht die Blut. Ich wusste genau, was passiert. Ich wusste genau, was passiert. Ich wusste genau, was passiert, bevor es passiert ist. Scheiße, Digga. Leute, ich bin einfach Analyst. Ich bin einfach Analyst. Okay. Master Yi geht rein, Leute. In 3 gegen 1, wie es aussieht. Er greift doch scheinbar gerade nichts an. Der Vladimir chillt da über der Wand und schaut sich das Ganze einfach nur an. Verkauft ihr seinen Mates? Zieht ihr seinen Pool, Leute? Der Burst Damage ist da. Seine Ulti hat er jetzt benutzt. Die Barrier von Pyke, um ihn am Leben zu halten. Leider kam noch gar kein Damage rein. Und boop. Der Damage ist da. Gary geht hier ebenfalls rein. Flasht hier durch. Die Frontline durch. Auf den Pyke stackt ihn sicher auch einmal komplett mit. Artox ist da, um seinen Mates zu helfen. So, jeder geht 1x1 rein. Das könnte ein Diamond Game sein. Das könnte ein Diamond Game sein, Leute. Like, I see no difference. Das ist Diamond Game Qualität. Xa. Hat sie nicht gerade ihre E... Also. Müsst ihr Bescheid. Leute, wir salutieren einmal. Wir salutieren alle einmal für die Xa, ja. Sie ist ein tapferer Krieger. Sie ist tatsächlich ein tapferer Krieger. Sie ist einer der unseren. Dumm und schlau zugleich. Oh, Leute. Master Yi gegen die Sieber, Leute. Sie ist 3-Level behind. Und zack, Leute. Einfach Alpha Strike hier mit einem Auto-Tank. Sie müssen nochmal auf ihrer Leiche rumdancen. Damit es nochmal extra cooler hier aussieht. Oh, Leute. Der Artox geht rein. 2 gegen 1, wie es aussieht. Kickt ihn hier zurück in sein Team. Der Vladimir geht rein. Seine Kombo sitzt hier leider nicht ganz. Der Pyke möchte ein bisschen Damage machen. Vayne wird gecatcht von der Velcroz Q. Ist geslowt, Leute. Wird er hier noch gleich sein Ulti-Ready haben? Die E, die Connected, Leute. Der Knock-Up auf dem Artox-Ista geht ja mit seiner E raus. Der Fight würde gehen. Deswegen geht's. Die Q, Leute. Vom Velcroz Connected nicht. Die W-Connected ebenfalls nicht sein Ulti-E-Sleady. Und nope. Er kann ja aber nicht weiterchasen. Guter Versuch. Guter Mann. Heide sein. Aram. Leute, wir haben Aram. Okay, ihr wisst, was das jetzt bedeutet. Jetzt kommentieren wir nicht mehr. Jetzt lassen wir die Musik kommentieren. Es wird gleich irgendwas Lustiges passieren. Der Wladimir, Leute. Kleine E. Oh, warte mal. Hat sich hier von Pyke reinhoben lassen. Velcroz zieht seine Ulti. Tankt hier gerade den ganzen Tower weg. Pyke holt sich hier schon mal einen Kit zurück. Velcroz sehr wenig dem. Kommt noch raus. Der Rift wird umgemacht. Und der Hackerim geht rein. Sehr schöne Ulti in die Backline drinnen. Silvia mit ihr. Der S-Kill. Hackerim sieht ja noch mal alle mit nach hinten. Kann er den hier noch abholen? No, sieht gerade nicht danach aus. Die Silvia. Q-Damage. E-Star Pyke kommt noch mal. Seine Ulti ist ready, wie es aussieht. Könnte ja noch jemanden umbringen. Zwei gegen zwei, Leute. In der mittleren Linie. Musik. Komm jetzt hier weiter. Tu es für mich. Spellshit wurde gezogen. Ulti von der Silvia. E-Star. Die Minutes laufen schneller. Die Xayah flasht direkt einmal raus. Die Q-Kulaktor einmal komplett. Der E-Star für den Damage. Und es wurde ein 1-1-getradet. Der Pyke gegen den Garret. Kann er was machen. Nope. Sieht mich hier wohl erstreckt aus. Vayne ist hier wieder da, Leute. Der Kampf hat niemals aufgehört. Und er hat sich nur ein klein wenig verzögert. Und sie geht rein. Die Q-Connected, Leute. Sie kriegt ihr die Boomerspiel. Sie kriegt ihr die Jumps. Die Resets. Ihre Ulti. Nope. Zieht sie nicht. Geht ihr auch einfach einmal direkt wieder raus. Die zieht ihr seiner Weg. Geht sich ein klein wenig hoch. Alle sind glücklich. Pyke und Vayne. Zwei gegen zwei. Nee, sind wir wohl nicht. Aber, Leute. Ich habe Iron nicht umsonst studiert. Ich habe Iron nicht umsonst studiert. Ich weiß genau. Die gehen jetzt gerade gar nicht weg von der Mitte. Ich muss die Musik gar nicht ausmachen. Wartet nur. Gebt den Leuten ein bisschen Zeit. Und zack, Leute. Aufeinander. Das Quickbait von Nexaya wurde beendet, Leute. Die will ganz quick ihre Spells wieder benutzen. Hardrocks. Die W. Connected nicht. Vladi, mir zieht er seine W. Der Slow vom Velcroz auf die Minions. Hat er erfolgreich drauf bekommen. Und wir kommen hier gerade in die zweite Runde. Wie es gerade aussieht, meine Freunde. Der Master hier. Würde er seine Ulti ziehen. Würde er reingehen. Würde er den Fight finden. Wellen auf der Bot End. Fünf gegen vier hier gerade für das rote Team, was sie machen könnten. Wenn sie es tun, sieht irgendwo gerade ein klein wenig schlechter aus. Wir erhöhen die Geschwindigkeit, Leute. Und warten einfach mal darauf, dass sie sehen. Was die Kontrahenten hier auch wirklich tun. Aber erstmal ein kleines Danke von unserem Sponsor. Leute. Wusstet ihr, dass Raid Shadow Legends das Game ist? Das ambitionierteste Projekt, was gerade diesen Kampf hier fördert. Seht ihr diese Grafik in diesem Spiel, Leute? Die ist komplett Müll. Ihr solltet Raid Shadow Legends jetzt runterladen. Denn dann, Leute. Oh, bei Gott. Ich habe mir vor einem Monat das Game halt just so von runtergeladen. Habe ich 20... Ich logge mich in das Game ein. 20 Pop-Ups, die ich wegdrücken musste. Ich dachte, das ist das Gameplay. 20 Pop-Ups. Die haben wollten, dass ich was kaufe. Und ich bin dann mit meinem Handy, als würde ich mir ein Porno anschauen. Und ich konnte das. Man sucht erstmal nach einer guten Stelle. Ich bin dann, hä? Hä? Nein, ich will nichts kaufen. Nein, ich will dieses Pack nicht. Nein, ich habe erst vor 5 Minuten angefangen. Ich weiß nicht mal, was es ist für eine Ressource. Und wie lange geht das noch? Und ich bin dann da. Ich bin voll gelangweilt. Und mache nur den. Und drücke nur auf X. 20 Mal. 20 Mal, Digga. Aber danke, Raid Shadow Legends, dass ihr dieses Video sponsert. Sehr cool von euch. Was? 3000 Euro für dieses Sponsoring? Kein Problem, Leute. Ich bringe jedem euer Immersive Gameplay nah. Kein Problem. Zurück zum Game. Ja. Wir haben uns bei unseren Sponsoren bedankt. Sehr nice, Leute. Ey, AFK Arena, ihr dürft mich sponsern. Eure Werbung ist cringe, aber die ist lustig. Die nehme ich gerne an. Und ich glaube, das Gameplay ist doch fein, actually. Oh, Leute. Aber dieses 1 gegen 1 hier wird gesponsert. Aber wieder von Raid Shadow Legends. Der Garen mit seiner Immersive Grafik. Sehr gut im Gameplay hier. Im Kampf gegen die Vayne hat sie hier gesnackt, Leute. Vergesst jedes gute AAA-Development-Game. Wenn ihr dieser Garen sein könnt, Leute, dann geht ihr einfach rein. Ihr braucht 3 Games. Um es mit diesem Garen aufzunehmen. Und er spinnt einfach weg mit seinem Marketing, Leute. Der kann sich alles leisten. Geht wieder rein. Er ist gestorben. Kein Problem, Leute. Was? Fortnite. Euer Sponsoring nehme ich auch an. Kein Problem. Ey, ich weiß genau, wie das geht. Ey, Leute. Seht ihr hier einfach, was das blaue Team macht? So wie in Fortnite. Fighten sie hier gerade ein Battle Royale um diesen Drachen, Leute. Und wie es aussieht. Winner, Winner. Chicken Dinner. Was? Ja, ist auf. Ich mach mich grad lustig über Menschen. Ja. Raus mit dir. Okay, Leute. Wir haben Essen bekommen. Wir haben Essen bekommen. Wir hören jetzt auf mit den ganzen Sponsorships. Okay? Ey, ich habe gerade 3 Millionen Euro gemacht. Sehr nice. Velcro ist sehr schön. Sehr schön. Die wollte hier den Drachen securen. Platz hier einfach eben einmal wie eine ausgereifte Tomate hier. Aber kann man nix machen. Oh, mal auf der Top-Night-In-State ist 1v1. Aber der Arthrox gewinnt das, Leute. Tinex. Wenn der hier ist, der kann sich die Scheibe davon abschneiden. Wir haben gerade einen der besten Arthrox-Spieler der Welt gesehen. Vayne mit ihrer E-Kick. Xayah weg. Oh, das sieht mir hier aber nach einem sehr unfairen 2 gegen 2 aus. Hackrim. Sehr schöne Ulti. Vayne verkauft einfach den Hackrim. Oh mein Gott, Digga. Sie verkauft den einfach. Was soll das? Okay. 1 gegen 1. Obre Linie. Es wird frech. Es wird knapp, Leute. Oh, Leute. Der macht ihm ja wirklich gar kein Damage. Master Yi ist ja auch gerade am weglaufen. Vayne. Sehr schöner Damage hier. Und der Yi, Leute. Der ist ja einfach tot. Typ hier oben auf der Top-Night-In-State. Der Vladimir, Leute. 2 gegen 1 auf der oberen Linie. Der arme Arthrox, Leute. Ich glaube, der ist tot. Der wird sich hier nicht mal hochlegen können. Aber zieht er seine Ulti und läuft hier mit ziemlich, ziemlich viel Boomer-Speed weg. Warte mal. Erlebt ja wohl doch noch, wie es gerade aussieht. Die Sieg, wir schnippen in der Mitte. Oh, Leute. Der Werkost. 600 Gold. 600 Gold. Was es gibt, das sieht mir aus wie Nudeln mit ein bisschen Hähnchen und Soße. Saftig, schmachtig, wie ich so sagen darf, meine Freunde. Okay. Ich spule hier nochmal eben ein klein wenig vor, Leute. Wir erhöhen hier die Geschwindigkeit. Wir warten nicht auf die Plays. Wir lassen die Plays zu uns kommen. Und Wladimir gegen die Vayne, Leute. Die E-Fall aufgeladen Connected. Ihr Schieberprockt. E-Star Hackler mit seiner Ulti. Kickt den Geryn in die Vayne rein. Der spinnt, Leute. Der spinnt. Der wins. Seine Ulti war wohl auf Cooler. Er kommt da wohl nicht mehr ran. Stridebreaker. Was für Broken Item. Und der Kill wurde hier abgeholt, Leute. Die Xayah E-Star mit ein bisschen Papier-Damage. Der Hackler und kämpft immer noch gegen den Geryn. Er ist Schattmierer hier auch gerade allein zu sein. Wladimir jumpt über die Wand. Die Ein-Mann-Ulti, Leute. Saftige Damage. Wird hier aber ganz groß geschrieben. Panicly als Team. Einfach. Hier wurde alles erfüllt, was ich von einem NA-Team gerne sehen möchte, Leute. Die Verträge sind schon da. TSM ruft an. Drei Millionen für einen Monat? Kein Problem. Du bist so gut. Wie bezahlen die das? Krass. Wunderschön. Leute, wer ist schon gerade gut in NA? Welche NA-Teams sind gut? Like shit. Welche NA-Teams sind gerade gut? Weiß nicht. Sind es nicht dieselben wie immer? Sind es so TSM, Liquid und irgendein anderes. Team. Dafür müsste man NA schauen. Ne, du lass mal stecken, Digger. Oh lol. Oh lol, die Xire. Oh mein Gott, sie küllt alles. Oh shit, sie selbst. Was kauft sie sich? Mit Ethality? Kann man sich denn mit Xire holen? Mit Ethality ist mich gespannt. Die müssen aber scheiße viel Gold haben. Sanguine? Ah, Collector. 5. Collector. I'm stupid. Lol, Leute, da ist er der Zweimann-Nash. Da ist er, Leute. Die Iron-Leute haben diese Technik hier einfach schon bereits perfektioniert. Zwei Mann-Nash, weil ein Team hat immer einen Master-Yield. Und er wurde abgeholt. Ich denke auch, wir werden wirklich im nächsten Push sehen, wie das Game auch langsam geendet wird. Problemlos, Leute. Gönnt euch einfach. Da oben schon mal die Duo-Top- und Support-Lane. Man kennt es. Beide ADCs in der Mitte. Wollen ja nicht Behind-fallen. Wollen sich hier so viel Farmen wie möglich gönnen. Oh, Leute. Bleiben wir mit seinem Pool-Field-Bonus-Move und Speed. Kommt ja nicht ran. Die Sivir versucht, ihn hier mit A zu wave-clean. Garen tankt das Ganze einfach. Bekommt ja null Damage ab. Oder gefühlt zu wissen, null Damage. Und ich denke, Leute, der letzte Kampf für die Horde finde ich hier gleich statt. Herr Grimm ist ja eingesperrt. Der Master-Yield wurde gecatcht. Oder deutlich. Wurde hier vielleicht auch eher der Herr Grimm gecatcht. Seine Ulti ist ready, Leute. Ulti über die Wand. Der Master-Yield mit seinem Flash-Velkos wurde gecatcht. Garen kommt ja auch nochmal mit seinem Flash-Mail hinterher. Der erste Kill wurde schon abgeholt. Wen gött sich hier das Gold. Die E auf dem Land ist wohl scheinbar nicht da. Aber der Land ist tot. Xayah gegen sie in einem 1 gegen 1. Die Xayah braucht aber etwas sehr lange, um zu bemerken, dass der Angriff wird. Währenddessen wie hier ein riesiges Ungarn-Bogen-Arm. Und der Garen lässt sich übernehmen vom roten Team. Und der würdige Kill holt sich hier kein Kill ab. Cleanes Ace vom blauen Team, Leute. Ein Inip ist ja auf jeden Fall Problemlos drin, wenn sie das Game beenden. Ich denke nicht. Oder maybe doch. Nein, Heckerim geht farmen. Heckerim geht drachenmachen. Junge, Ende. Geh doch enten. Heckerim. What are you doing? Er hintet uns. Like, okay. Er hat a soul, ne? Warum geht er nicht enten? Okay. Okay, Leute. Jetzt, wenn wir gleich den letzten Fight haben. Es sieht sehr gut aus fürs... Oh, lol. Oh, warte mal. Ja, er macht vielleicht doch ein Play. Heckerim mit seiner Ulti, die Connection nicht. Der Master Yi, der geht rein, Leute. Sehr schöner Damage ist da. Der Heckerim kann den nicht genug ausführen. Landmeer kommt raus, Assam. Sondern er ist der Master Yi auf dem Heckerim und holt ihn hier schon ab. Der Master Yi ist drin. Pike jumpt ihn, glaube ich, rein mit seiner Ulti. Oder not. Leute, das ist der Atos, der drin ist. Sehr viel Damage. Das Ganze kann er hier nicht überleben, Leute. Der Damage ist einfach zu hoch. Und er dreht. Er spinnt. Er schwingt. Er macht einen Backflip. Aber es tut keine Sau, Leute. Wenn ihr einen Backflip könnt, seid ihr kein besserer Mensch. Dann wird er durchgepusht. Das Game hier ist zu Ende. Massives Comeback vom roten Team, Leute. Die Sieve hier stirbt. Und der Heckerim kann das Ganze hier nicht aufhalten. Auch wenn die Xayah tot ist. Oder nein, warte mal. Er kann es wohl doch aufhalten. Wen? Kick den Weg. Und er kommt noch weg. Nein, ich bin heute ausgebucht. Als Coaching gab es heute nur eins. Habe ich bereits verkauft. Wenn du Coaching haben willst, auszuzeichen Coaching eingeben. Alter, was geht hier ab? Warte, wer endet jetzt das Game? Wer endet denn jetzt das Game? Okay. Ein Fight in der mittleren Linie. Das wird der letzte Fight. Das ist ein Hurricane of the Xayah mit nochmal einem Executioner. Die Healing Reduction ist hier. Aber sehr geil, Leute. Sehr saftig. Die wollen wir hier lieben gerne haben. Der Herr Grimm mit dem Garen im 1 gegen 1. Da wurde hier vielleicht gecatcht. Der Garen geht etwas hervor. Atom zieht ihr seine Ulti. Geht rein, Leute. Geht rein. Ungar. Babunga. Der Wladimir mit der Welt im 1 gegen 1. Leute, sie wurde gecatcht von der Wladimir Ulti. Der aufgelandet QA ist da und sie sollte tot sein. Nun, ist sie nicht. Sie lebt noch, Leute. Sie kommt noch raus. Master Yi, Yi, Yi mit dem Alpha Strike. Und die Welt ist tot. Hacking geht rein. Ist ebenfalls tot. Gary unten auf der Botanthe. Der Pike. Fandt ihr die Minutes? Warum? Fandt ihr die Minutes los? Warum fandt ihr die Minutes? I guess das Game is over. Und Leute. Wir haben hier ein weiteres Super Eisen. Einfach mal überlebt. Ich sage auch überlebt. Also ich bin an einigen Stellen verwirrt. Und ich zweifle auch gerade meine menschliche Existenz an. Aber ich hoffe für euch auf YouTube. Hat das Ganze gefallen? Gerade wenn ihr dieses Video seht, wird mein Stream auch immer noch online sein. Link ist unten in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, Leute. Ich bin weg. Schaltet ein, sonst bin ich sauer. Sonst bekommt ihr so ein Peik in euer Team. Und das wollt ihr nicht. Und das geht nicht. Ich bin weg. Vielen Dank.